So Leute, da bin ich wieder zurück, gerade für euch die normalen Aufgaben gemacht. Dann noch gesehen, wir haben eine geheime Mission, nämlich wir müssen drei Schneehaufen von Clombo finden. Ihr seht schon, hier unten ist der erste, wo markiert ist. Dann da ist der zweite und der dritte ist genau dort hinten. Wie gesagt, einfach gerade einmal schnell runter gehen. Mal gucken, ob ich es hinkriege, ohne dass ich wieder erschossen werde, weil wir wissen ja, wie Fortnite ist. Wir haben ja immer nette Kollegen, die dann einfach schön an einem Haufen im Busch warten, damit man schön nochmal den Kill abschnauben kann. Soll jetzt kein Tipp an euch sein, bitte macht es nicht. So, dann würde ich sagen, hier Geheimnis, Schneehaufen in Clombo Größe. Also wie gesagt, Clombo, irgendwie vermisst man ihn ja schon. Ich sage es einfach, wie es ist. Also irgendwie war ich schon immer recht nett auf der Map. Man konnte immer ein bisschen Blödsinn mit dem machen. So, gehen wir mal hier schnell zum zweiten Haufen. Zack, einmal schnell abfarben. Und wie gesagt, der dritte Haufen ist da unten. Wenn ihr nicht genau wisst, wo... Ihr seht eigentlich, eigentlich sieht man von dem einen Haufen direkt schon den nächsten Haufen. Wir rutschen auch direkt hier runter. Und dann ab geht es hier runter. Zack, 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 zack. So, schnell noch irgendwas mitnehmen. Ein bisschen XP. Ich kann gleich noch ein bisschen angeln, wenn ich fertig bin. So, hier ist, wie gesagt, der dritte Haufen. Und zack, habt ihr den Schneehaufen gefunden. 7400 XP hatte ich jetzt. Dadurch bin ich jetzt levelt 133. Aber ich bin ehrlich, ich level gar nicht mehr so viel. Ich mache gerade meine paar Aufgaben, mache meine Rette-die-Welt-Aufgaben. Und dann war es das eigentlich auch inzwischen. Hab mir jetzt das neue Star Wars Spiel geholt von Lego. Ich bin eher da drin. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne Like da lassen, gerne Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben. Shop-Video oder was auch immer. Also haut rein.